Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Lang ist her, dass wir mal wieder so ein Video hatten. Und zwar habe ich mir überlegt, weil mir selber noch so vieles fehlt, dass ich mit euch zusammen oder für euch einmal die beiden Meta-Erfolge fertig mache. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis The World Within kommt. Und da kann man ja noch ein bisschen was erledigen. Ich blende hier mal beide ein. Das ist einmal der Erfolg für Dragonfly und einmal für die Schattenlande. Und da fehlt mir bei beiden noch etwas. Und wir werden halt Stück für Stück die Sachen machen. Die Raids werde ich natürlich jetzt nicht nochmal extra für euch da als Erfolg mitmachen. Ihr müsst einfach auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad, der LFR zählt auch dazu, die Raids gemacht haben. Ja, und ich würde sagen, im nächsten Video fangen wir dann an. Wir werden, denke ich mal, erst in die Schattenlande gehen und uns da vorwärts arbeiten. Und ich werde euch bei den Erfolgen dann Stück für Stück, werde ich euch mitnehmen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Spaß zusammen und wir schaffen das noch, bevor The World Within startet. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss.